...Statue gekriegt. Nicht, dass die jetzt Herzen droppen. So kleine Herzen, wie irgendwie. Doch, bestimmt, wenn wir die bestromen. Ey. Wie zu dunkel. Kommen wir jetzt erstmal Richtung Nia. Ja. Die gute Dschungelmusik. Oh. Oh, da müsste ich noch drankommen. Wie die Piranhas den Wasserfall hochspielen. Ich hab Lava gefunden. Ist das schon so weit unten? Heilige Kacke. Boah, krass. Ob die Hölle da unten ein bisschen anders ist? Nee, ne? Na, ich glaub nicht. Boah, wie viel Wasser läuft denn hier runter? Ja, ich sag ja, da kommt ein halbes Meer runter, ey. Warte, da muss das Wasser jetzt durch die Wand hier. Obwohl, ich glaube, ich hab nur Dynamit. Warte mal. Ja, super Idee. Scheiße. Warum ist das los? Hast du dich gerade in die Luft gesprengt? Nee, Dynamit ist auf dem Wasser runter geschwommen. Und war dann irgendwo da unten. So, ich misch jetzt mal ein bisschen aus. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ich bin schon wieder voll hier, ey. Ja, ich auch. Cobweb kann weg. Moonglow Seats kann weg. Und... Ich bin so tief drin, ne? Unbelievable. Was deine Frau erfährt, ey. Oh, Lava. Mit dem Minderjährigen. Nee, nee. Genau. Ah, ja, stimmt. Haltet die Ohren zu, Freaky. Wo jeder Minderjährige, der Internet hat, ne? Ja. Der kann alles hören, was es gibt. Ja. Weil der guckt sich eh Sachen an. Jeder, jeder, jeder Minderjährige mit Internet ist eigentlich direkt mal zehn Jahre älter. Genau. Ist halt einfach so. Und jeder alte Sack mit Internet ist zehn Jahre jünger. Exakt. Ich habe ja nochmal Glück gehabt. ich sterben du wirst dich doch nur umbringen nein das hat nur wegen dem blob gemacht aber dann können wir da oben her wenn die lava weg ist dauert ja nur eine halbe stunde also jetzt gehe ich jetzt gehe ich jetzt gehe ich mal ganz kurz die kann hier oben her hat sich sehr kaputt angehört jetzt läuft die lava auf das wasser was gibt das denn dann ich bestimmt auch ob sie die jahre dann ist ja wasser wasser in der mitte was auch eine kleine oder es wird einfach zu stein so wie minecraft eine obsidian verzeuge wasserblase ich hab dir das schneide direkt ins gesicht geworfen das ist so geil wenn du gut triffst du hast du mit den handgranaten instant kill ach handgranaten waren das ja ich habe ja ich packe mal die samen weg alles in die lava blub ja da muss ich glaube da können wir nicht da wir können oben her da dauert viel zu lange einfach den spiegel nehmen wir zurück wollen ach ja das stimmt und in der hölle kommen wir dann ganz einfach ne ja eigentlich schon komplett mit dem spiegel eigentlich müsste man doch haben spiegel du ich frage mal den typen da oben warte dann lass ich dir gleich wieder kisten einsortieren genau nein du hast ja die übersicht in deinem haus hilfe eine statue für krabben oder wie sehe ich das ja wofür ja man kann die irgendwie bestromen warte ich mach das gleich mal ich mach das gleich mal ach guck mal wir brauchen nur jungle spawn und stinger 15 stück das stinger habe ich zwölf stück hier noch du hast bestimmt auch ein paar ich geb dir mal die paar potions vielleicht kannst du die irgendwie noch kannst du da mal gucken ey bleib du mal hier warte warte hier hier warte hier ich will dich reich beschenken ich baue schon mal ja toll ich will dich reich beschenken ach hier lalala hier nimm das schon mal aah ok was kam denn da aus dir raus ich bin grad mal spontan gekommen aah aber ich glaube wir haben ein paar puppen paar viele blade of grass ich bin gespannt wie viel mana sterne hast du äh momentan fünf äh wo war das denn maa da so ich auch yay so ey sonnenhaufen scheiße habe ich hier ne ich weiß gar nicht was er damit machen soll warte mal ich will meinen tag euch mal einsortieren ich hab ich wieder so viel zeug ey das ist schlimm ich mach jetzt überall einmal quick stack es gibt viel zu viel zeug in terraria viel zu viel ja so ich hab 19 potions das wird wohl reichen also healing potions ähm ahja wenn wir da unten sind aber dann auch direkt ne doch direkt die wand probieren ne könnten wir tun ja wir müssen wie gesagt noch ein bisschen hellstorm mitnehmen ich geb dir grad mal ein bisschen gold dass du das noch weg äh ja warte ähm wo ist das gold äh hier werf dir das mal hin das ist dein gold behält das ich werd glaub ich mal dann diese iron skin potion nehmen dass ich mehr defense hab für fünf minuten ja nehm ich ja auch mit und ähm obsidian skin stimmt den brauchen wir auch hab ich den an hab ich den schon ne von wegen ähm potion dass wir in die lava können notfalls oder was ja genau ja die kannst du mir auch einmal geben aber wir haben ja eh dieses ganz ganz lange stück brücke ja normal kann da nix passieren ne ja aber nur für den fall shine potion nehme ich auch mit ich nehme alles mit angreifer nehmen schaden nehme ich auch mit ja wo ist denn hier diese verteidigungs ich hab ich hab ich hab die nur einmal ich hab die gefunden eben gerade auf dem weg ja ich weiß nicht ob wir davon noch welche haben jetzt wahrscheinlich schon aber ich seh die grad nicht das ist so ein längliches gelbes ding sieht aus wie so eine urinprobe weißt du wie so eine urinprobe in so einem länglichen Reagenzglas das stimmt die hatten wir nicht ähm jetzt was ich mach mit dem den verk verkaufe ich mein laser später oder wo muss ich erstmal behalten das ist die frage warum hab ich denn ne tasse wahrscheinlich irgendwo gerade abgemacht ah ich wär fertig so das reicht eine live crystal kann ich noch verkaufen wo ist er die bringen relativ äh viel äh gold stimmt drei gold zwei stück äh so kann auch runter haben wir noch granaten dann habe ich hier taunts attackers also take attackers also take damage okay die nehmen wir ja die hab ich dir gerade gegeben ja obsidian potion dann haben wir den ah ja genau so blade of grass haben wir jetzt die mini shark habe ich denn thorns potion die drei potions handgranaten paar wollen wir noch ein paar handgranaten kaufen weil die sind echt nicht schlecht ähm unten in den kisten sind die handgranaten ganz unten in den kisten oder links oder rechts unten äh unten links äh switch ah tatsache nehm ich komm mal mit ich probier mal eben was aus ähm ne wire nicht place wire aber du musst den wire halt irgendwas anschließen an irgendwas das strom gibt ne aber ich hab keine ahnung wie das funktionieren soll so ähm okay ob das so funktioniert warte jetzt habe ich noch einen schalter ne habe ich nicht verdammt musst du kaufen bei dem ein mädel was an dem du gerade vorbeigelaufen bist ne ich hatte hier unten noch irgendwo schalter drin ein so so du duh du duh du duh du duh duh du duh jetzt nochmal so eine schaltung geschickt gekriegt womit man sich dann unendlich viel Geld und so machen kann aber schon ein paar tage her was das in Wincibility heißt da bist du nur unsichtbar ne Aber unsichtbar heißt ja auch, der Gegner sieht sich ja eigentlich nicht, ne? Aber ich glaube, bei der Wand ist das, glaube ich, egal, oder? Ich weiß es nicht. Spelanka-Potion. Aha. Lass doch noch mehr, nehmen wir mal noch eine zweite Torn-Potion oder so, damit ich nehme mal mehr mit. Ja. Weil die sind ja eigentlich ziemlich cool. Restores 100 Life, okay. Shows the Location of Adam B's, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Ne, ich muss das nochmal angucken. Ich glaube, die Wall of Flash, die sehen wir. Ja. Ob Sieg jetzt denn? Spelanka-Potion. So, jetzt können wir uns schönes Hellstone holen. So, gut, hast du Puppen dabei? Äh, nee. Nehme ich doch mal glatt welche mit. Genau. Nehme mal drei mit. Aber Hauptsache, ich bin auch ein wenig nach unten. Also, jeder sollte sich so einen Gang bauen, ne? Genau, gerade nach unten geht in die Hölle. Ja. Hui. Dauert ja so schon Ewigkeit, bis man unten ankommt. Ja. Boah. Krass. Bin da. Ja. Ja. Oh, direkt ein Wurm. Oh, tot. Vielleicht mal noch ernsthaft. Ich hab den dreimal gehauen. Achso, ich hab gedacht, du bist tot. Okay. Auch diese Dämonen sind relativ schwach. Ja. Oh. So. So. Ich hab dann mit dem Dämonen. Vielen Dank.